Herzlich Willkommen zu Frau und Geld, der Erfolgspodcast mit Amata Bayer. Amata Bayer hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin und zeigt dir, wie auch du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfältigen kannst, dir ein automatisiertes Einkommen aufbaust, das verdienst, was du wert bist und ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du da bist. Heute geht es um die sieben Geschenke für ein vitales Leben nach Tony Robbins. Ich habe bei Tony Robbins in Rom zweimal sein Seminar besucht und einmal auch in London. Und ich muss sagen, ich habe von diesen Trainings, von diesem Seminar total profitiert. Tony Robbins ist einer der weltweit erfolgreichsten Trainer und er gibt unglaublich viele wertvolle, wichtige Tipps mit. Wie gesagt, heute möchte ich gerne mit euch die acht Geschenke teilen für ein vitales Leben. Die erste Gabe ist die Kraft von Atmung und Lymphreinigung. Das ist eine ganz wichtige und wesentliche Komponente für unsere Gesundheit und Vitalität. Und damit unsere Zellen optimal versorgt sind mit Sauerstoff, durch richtige Ernährung, durch die Aufnahme von Flüssigkeit, durch Verschiedenes, ist es auch wichtig, gut zu atmen. Atmung ist an sich etwas Selbstverständliches, der Atem kommt und geht. Und dennoch haben wir aufgrund von verschiedenen Bedingungen außerhalb, durch Stress, durch Unterschiedliches, ja oftmals eine Atmung, die nicht förderlich ist, sondern die unser Leben eher behindert. Spür einfach für dich mal hin in der Atmung, wenn du die Hand auf den Bauch leckst, einfach tief ein- und ausatmen, ob sich wirklich dein Bauch hebt und senkt oder ob du möglicherweise oben in der Brust atmest. Beim Ein- und Ausatmen sollte einfach dein Bauch sich nach außen und nach innen bewegen. Und was das Lymphreinigung betrifft, da gibt es ein ganz geniales Werkzeug sozusagen, das habe ich mir damals angeschafft, das ist ein Trampolin, dieses sogenannte Rebounding nennt man das. Das ist diese Nutzung von Beschleunigung, Verlangsamung und Schwerkraft. Da haben wir eine ideale Unterstützung, um die Zellen sozusagen zu reinigen. Es ist ein richtiges Zelltraining, das baut sozusagen die physische Zellkraft auf und fordert jede Zelle raus. Wichtig ist nur, wenn man startet damit, eher behutsam anzufangen als Erwachsener, nämlich anfangs einfach nur zu schwingen und vielleicht auch gar nicht so lang. Ich weiß ganz am Anfang, wie ich mir mein Trampolin damals besorgt habe, ein, zwei Minuten, dann musste ich schon auf die Toilette rennen, weil da schon was passiert ist. Bis heute ist es gar kein Thema, wenn ich, ja, da zehn Minuten oder auch länger drauf bin. Die zweite Gabe ist die Kraft von lebendigem Wasser und lebendigen Nahrungsmitteln. Wir haben vorher gesagt, ohne Sauerstoff könnten wir nicht leben. Ohne Luft geht es nicht, aber wie lang kann dein Körper ohne Nahrung überleben und wie lang ohne Wasser? Wasser ist wirklich das Element schlechthin. Wir können als Erwachsener wochenlang leben, ohne zu essen, aber in der Regel nicht länger wie vier bis zehn Tage ohne Wasser. Der Körper soll nur höchstens zehn Prozent des Wassergehalts verlieren. Verlieren, ansonsten verdorrt er sozusagen, er dehydriert, er kann sogar oftmal nicht überleben und ein trockener Mund ist übrigens oft viel zu spät. Die Farbe deines Urins, die sagt dir, ob du genug getrunken hast. Schreib doch einfach mal auf, die letzten 24 Stunden, was hast du alles gegessen und getrunken und wie viel Lebendiges war da dabei? Wie gesagt, wenn wir zu wenig Lebendiges essen oder zu wenig Wasser trinken, wir sollten pro 35 Kilo Körpergewicht ein Liter stilles Wasser unter 500 Milligramm Inhaltsstoffe zu uns nehmen, dann ist das eine unglaubliche Unterstützung für unsere Vitalität, für unsere Energie, ja für unsere gesamte Lebendigkeit. Welche Wasserquelle die beste ist, das würde jetzt hier zu weit führen, da gehen wir jetzt an dem Punkt nicht drauf ein, das ist auch eine spannende Frage. Der nächste wichtige Gabe für ein vitales Leben sind die essentiellen Öle, also Fette. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz oft gesagt wird, ja Fett macht dick und Fett macht krank und hier müssen wir einfach unterscheiden. Es gibt ganz unterschiedliche Fette, ja, diese Transfette, die sozusagen Transfett ins Jenseits befördern, die uns nicht gut tun, aber es gibt auch Fette, die sozusagen heilend sind, die gesund sind, die uns Vitalität geben. Und wir brauchen diese Fette fürs Gehirn, wir brauchen die für jede Zelle in unserem Körper und diese guten Fette bestehen aus den essentiellen Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren und die müssen wir einfach verzehren, damit wir wirklich überleben und gut leben können. Wie gesagt, für viele Funktionen im Körper, aber auch für die Haut wichtig, für die Verdauung wichtig, für das gesamte Herz-Kreislauf-System. Fettsäuren steigern eben auch die Stimmung, sind im Hinblick auf Depressionen, auf Stimmungsschwankungen eine gute Unterstützung, gerade wenn wir einen hohen Stresspegel haben, all das ist etwas, wo wir sagen, da brauchen wir das ganz dringend, übrigens auch fürs Herz. Immunsystem wird geschützt mit essentiellen Fettsäuren, all das gehört hier da dazu. Und manchmal ist es gut, sozusagen einen Ölwechsel zu machen. Beim Auto ist es selbstverständlich, dass wir gute Öle nutzen und nehmen, da wird es uns gar nicht in den Sinn kommen, was Billiges zu kaufen. Viele Menschen nutzen aber einfach in ihrem Alltag für ihren Salat, für ihr Essen zu Hause irgendein billiges Öl aus dem Supermarkt. Die vierte Gabe für ein fatales Leben, go green. Die Grünkraft erkennen. Die Grünkraft, das ist etwas unglaublich Unterstützendes und Hilfreiches für unsere Vitalität, für unseren Alltag. Und da ist eine wunderbare Empfehlung die grünen Smoothies. Also grüne Blätter, Spinat, Feldsalat, Brennnessel, Himbeerblätter, Gänseblümchen. Grün verbunden mit Wasser. Vittoria Botenko, die Begründerin sozusagen der grünen Smoothie, hat da ganz wunderbare Erfahrungen gemacht. Und vielleicht magst du dir da einfach mal ein Video dazu anschauen. Fand es total spannend. Sie ist ja aus Russland nach Amerika ausgewandert. wurde selber dann und die ganze Familie krank und hat erlebt, ja erstmal mit Rohkost, wie es ihr erstmal besser ging und sie alle Krankheiten zunächst verloren haben, aber wie sie im Laufe der Zeit trotzdem Lebensenergie verloren haben, trotz ja lebendiger Nahrung. Und dann hat sie dann nachforscht und hat diese Grünkraft sozusagen entdeckt und diese grünen Smoothies und hat für sich selber wieder unheimlich Lebendigkeit gewonnen und viele, viele Menschen haben das inzwischen ausprobiert. Achtung bei grünen Smoothie, auch hier, wenn wir zu viel Gesundheit auf einmal nehmen, ist es ja manchmal für den Körper zu intensiv. Auch hier geht es langsam einzuschleichen. Eine gute Unterstützung ist übrigens auch, die Zitrone ins Wasser zu geben. Das ist keine Grünkraft, aber das ist eine unglaubliche Kraft, die das Grün unterstützt. Grüne Nahrungsmittel als essentielle Zutaten, dieses Chlorophyll, das wir brauchen. Übrigens haben diese Nahrungsmittel auch wenig Kalorien, geringen Zuckergehalt und sehr viele Nährstoffe. Diese grüne Farbe, die das Chlorophyll erzeugt, das ist sozusagen das Blut der Pflanzen und das ist der Molekularstruktur sehr ähnlich von unserem Hämoglobin im menschlichen Blut, das den Sauerstoff transportiert, das wir vorher hatten. Das ist wichtig, dann die Vitamine, Mineralstoffe da drin, aber auch die Fasern, die Enzyme, die lebendigen, die aktiven Enzyme, all das gehört hier mit dazu. Und Tony Robbins hat eine ganz interessante Nahrungsmittelpyramide, die ganz anders ausschaut als die, die wir oft in der Schule oder im Unterricht oder bei vielen Fortbildungen gezeigt bekommen oder die viele in Deutschland auch lernen. Eine Nahrungsmittelpyramide, die Leben meines Erachtens komplett verändert. Die Basis ist für ihn Wasser und tiefes Atmen und dann 70 Prozent lebendige Nahrungsmittel. Davon möglichst 80 Prozent Gemüse, also Brokkoli, Spinat, Möhren, Paprika, Sellerie, Gurke, Kopfsalat, all das und nur 20 Prozent Obst. Idealerweise wenig säurebildendes Obst mit wenig Zuckergehalt wie Avocado, Zitrone, Tomaten etc. Dann kommt über diesen 70 Prozent lebendigen Nahrungsmitteln 10 Prozent Pflanzen und Fischproteine, also Nüssen, Saatkanne, Gemüse, Mandeln, Paranüsse, Haselnüsse, Linsen, Pinienkerne, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, all das, also Proteine, die sozusagen den Gewebeaufbau unterstützen und erst darüber kommen dann 10 Prozent komplexe Kohlenhydrate. Also idealerweise ein nicht gelagertes Vollkorn wie Basmati-Reis, Buchweizen, Quinoa, Hirse, Dinkel, Kamut, hefefreies Brot und Nudelsorten, weil dieses Getreide und Pseudogetreide Fasern liefert, die auch die Toxizität verringern. Und dann noch die Spitze, die 10 Prozent guten Öle, weil gute Fette neutralisieren unsere Säuren und sind einfach wesentlich unwichtig, so zum Beispiel Oliven, Omega-3- und 6-Fettsäuren im Olivenöl, in Avocado, in Arganöl, in Hanföl, all das als wichtige Unterstützung. Das sind ein paar Punkte, die unsere Vitalität steigern und unsere Vitalität stärken und damit auch unseren Erfolg im Privaten und im Beruflichen. Ich wünsche dir für heute einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und vor allem auch finanziell freies Leben. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Amatas Talktime dabei warst. Du weißt ja, dass du alle wichtigen Infos zum Podcast Frau und Geld auf ihrer Seite finden kannst. Schau einfach unter www.amata-bayer.de. Dort findest du unter Podcast und unter dem Thema von heute kostenlose Trainings, Tipps, die Empfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du selbstständig und hast es satt, Zeit gegen Geld zu tauschen? Dann zeig dir Amata gern, wie du dir ein automatisiertes Einkommen aufbauen kannst. Bist du angestellt und hast es satt? Dann zeig dir Amata, wie du in sechs Monaten dein Einkommen verdoppeln und das machen kannst, was dir Spaß macht. Melde dich zum kostenlosen Webinar Frau und Geld an. Da zeig dir Amata, wie du mit deinem eigenen Business richtig gutes Geld verdienen kannst. Und zu guter Letzt, denke immer dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du Recht. Bis zum nächsten Mal bei Frau und Geld mit Amata Bayer.